Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, das hier ist das zweite Video, der zweite Teil zum Thema Geld, zum Thema Reichtum. Das andere war unterbrochen worden, weil es geklingelt hat. Jetzt ist derjenige, der da geklingelt hatte, ist wieder gegangen und es musste was abgegeben werden. Und ich mache weiter. Ja, den ersten Teil habe ich natürlich auch hochgeladen, denn ich habe es aufgenommen und wenn ich es aufnehmen konnte, ist das ein Zeichen, dass es auch gesendet werden soll. Also das ist die Fortsetzung. Und wir waren bei dem Thema, dass ein wahrer, reicher Mensch meistens nicht zeigt, was er hat. Ganz im Gegenteil, dass da Dinge, die angeschafft werden, die wertvoll sind, die auch wertig sind in dem Sinne, dass sie sehr lange halten, dass sie von guter Qualität sind, dass sie vielleicht dann auch 30 oder 40 Jahre getragen werden. Heute gilt sehr oft die Mentalität, die uns auch im Instagram von ganz vielen jungen, sogenannten Influencern mitgeteilt wird oder bei TikTok oder YouTube oder wo auch immer. Verschulde dich nur deswegen, damit du reich aussehen kannst. Was wäre eine bessere Strategie? Eine Strategie, die dazu führen würde, dass ich wirklich zu Reichtum komme. Und ich weiß, ihr wisst es alle, wir wissen, wahrer Reichtum kommt von innen, wahrer Reichtum ist ein offenes Herz, wahrer Reichtum ist Liebe, ist Geben, ist Teilen. Aber selbstverständlich brauche ich, um auch vielleicht etwas Materielles teilen zu können, auch immer eine gewisse Menge an materiellen, nennen wir es mal Ressourcen, materiellen Ressourcen, um vielleicht dieses glückliche Leben führen zu können. Und das ist auch gerade in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, ein wichtiger Bestandteil, hauptsächlich und vor allen Dingen für junge Menschen. Es gibt eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen dem, was viele junge Menschen wollen und auch zwischen dem, was viele junge Menschen tatsächlich erreichen und dann können. Um wirklich, und ich rede hier wirklich jetzt über materiellen Reichtum, um materiellen Reichtum zu erreichen, kann ich nicht auf der Couch sitzen bleiben. Das wird absolut nicht funktionieren. Wie erreiche ich es? Wie kann ich es erreichen? Wie gesagt, viele, die Mehrheit der jungen Leute, die es demonstrieren, schon mit 18, 19, die aussehen, wie gerade erwähnt, Millionäre, ja, die von oben bis unten in allerteuerste Markenkleidung angezogen sind, die so aussehen, als hätten sie Millionen, aber tatsächlich wahrscheinlich nicht einmal einen Euro auf dem Bankkonto haben, sondern das alles womöglich sogar finanziert haben. Ja, auch viele junge Menschen, nicht nur junge, sondern auch ältere, finanzieren ihre Fahrzeuge, finanzieren teilweise heute auch, nein, nicht teilweise, zum großen Teil, ihre Häuser, finanzieren alles. Finanzieren, finanzieren. Was ist das Gegenteil von dem, wie kann ich zu wahrem Reichtum, materiellen Reichtum kommen? Regel Nummer eins ist, etwas zu tun, was mir Spaß macht. Irgendetwas zu finden, womit ich erfolgreich sein kann, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist bei jedem Menschen anders. Dem einen Menschen macht es unglaublich viel Spaß, Dinge zu verkaufen. Dem anderen Menschen macht es unglaublich viel Spaß, Dinge ineinander zu bauen, ja. Ich kenne wirklich sehr, sehr, sehr wohlhabende Schreiner, Handwerk, sehr wohlhabende Dachdecker, Handwerk, sehr wohlhabende Klempner, Handwerk. Ich kenne aber auch sehr wohlhabende Geschäftsleute, die zum Beispiel im Einzelhandel sind oder im Verkauf von Produkten oder im Immobiliengewerbe. Es gibt so viele verschiedene Bereiche. Ich kann auch sehr erfolgreich sein mit einer Erfindung, mit einer einzigen kleinen Erfindung. Irgendetwas, wo ich merke, hey, das könnte das Leben vieler Menschen erleichtern. Das ist Punkt zwei. Etwas zu tun, was mir Spaß macht. Und aus dieser Perspektive etwas zu entwickeln, womit ich anderen Menschen helfen kann. Etwas zufügen kann für diese Gesellschaft. Etwas für andere Menschen, das Leben erleichtern kann. Der Reißverschluss zum Beispiel, der Erfinder vom Reißverschluss, der hat etwas zugefügt, was wirklich Milliarden über Milliarden über Milliarden Menschen das Leben wesentlich vereinfacht und bequemer macht und auch wirklich zu mehr Komfort führt. Etwas zu erfinden oder etwas zu entdecken oder etwas zu entwickeln, etwas hinzuzufügen. Und das kann natürlich auch dadurch sein, dass ich bestimmte Produkte vielleicht importiere aus einem anderen Land und das im eigenen Land dann anbiete, wo ich etwas hinzufüge. Da gibt es diese tolle Sendung, die gucke ich mir übrigens gerne an, Dragons Den in Großbritannien, wo halt so ein paar wohlhabende oder erfolgreiche Geschäftsleute, jungen Geschäftsleuten helfen mit ihrer Idee und die kriegen dann Startkapital und dafür kriegen die dann ein paar Prozente in dem Unternehmen. Da sind manchmal so tolle Geschichten bei, wo ich dann denke, es gibt immer noch, egal in welcher Zeit ich lebe, es gibt immer, was heißt immer noch, immer mehr neue Geschichten, wo ich etwas, ja, wo ich etwas wirklich auch Geld mitverdienen kann. Dann, ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist der Punkt, weshalb ich auch auf diese Kleidung eingegangen bin, das, was ich erstmal einnehme, nicht sofort ausgeben. Ja, das ist übrigens ein Grundsatz auch meiner Großmutter, die immer gesagt hat, sorge dafür, dass du immer etwas zurückhältst, ja, und heute ist die Mentalität bei vielen Menschen genau das Gegenteil, ja. Wenn ich einen Euro habe, kann ich zwei Euro ausgeben. Mentalität, die natürlich aus den USA kommt, auch mit dem eigenartigen Kreditkartengeschäft, ja, was ich nie wirklich verstanden habe in den USA, wo ich wirklich viele Menschen kenne, die sagen, Ja, aber ich muss diesen Monat noch das und das kaufen mit der Kreditkarte, damit ich mein Kreditrating nicht verliere. Hallo, ich muss also Schulden machen, damit ich noch mehr Schulden machen kann, weil ich sage dann, was heißt denn, wenn du dein Kreditkartenrating verlierst? Ja, dann kann ich nächsten Monat nicht mehr so viel kaufen, dann habe ich nicht mehr diesen tollen Prozentsatz oder nicht mehr die Möglichkeit, so und so viel auszugeben. Irre. Es gibt da Menschen, die leben wirklich von Paycheck zu Paycheck, heißt aber nicht, dass der Paycheck, den sie bekommen, dass sie den ausgeben, nein, den Paycheck, den sie bekommen, nutzen sie, um das Minus auf der Kreditkarte abzuzahlen. Das heißt, sie leben also in einem dauernden Minus und das sind in den USA Millionen von Menschen, die so leben. Habe ich nie verstanden, werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen, aber es ist Teil unseres westlichen kapitalistischen Systems. Okay, jedem das Seine. Also, wenn ihr etwas aufbauen wollt, sorgt dafür, dass ihr immer etwas zurückhaltet, was ihr auch investieren könnt. Und ihr könnt es auch investieren. Es gibt viele, viele Investitionsmöglichkeiten. Ich sage euch immer, seid vorsichtig, informiert euch richtig, lieber zehnmal nachgefragt, ist das das Richtige für mich? Übrigens auch da, Warren Buffett hat das mal gesagt, wovon ich keine Ahnung habe, davon sollte ich die Finger lassen. Wenn ich ein Produkt habe, wo ich denke, verstehe ich 0,0, lass die Finger davon. Ja, das hat keinen Sinn. Also, nur in etwas investieren, wovon ich eine Ahnung habe. Coca-Cola, ja, weiß ich, das kann man trinken. Das ist immer beliebt, ist nicht besonders gesund, schmeckt aber gut. Die ganze Welt trinkt es, immer und wird wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren getrunken. Kann nie eine schlechte Investition sein, weil es ist einfach ein großes Unternehmen. Oder Siemens macht tolle Waschmaschinen, ja, auch. Wird immer, gewaschen wird immer, es wird immer neue Modelle geben. Vielleicht auch nicht die schlechteste Investition. Und dann wirklich auch noch ein Tipp, ganz, ganz wichtiger Tipp. Ganz viele Menschen geben auf, wenn sie einen Misserfolg haben. Wirklicher Erfolg kommt nur dann, wenn ich aufstehe, wenn ich hinfalle, aufstehe und weitermache. Hinfalle, aufstehe und weitermachen. Misserfolg, ein Misserfolg ist einzig und alleine da, damit ich noch erfolgreicher aus diesem Misserfolg rausgehe. Und wirklich erfolgreiche Menschen können ein Lied davon singen, dass sie, ich weiß nicht wie viele Pleiten vielleicht gemacht haben, und dann irgendwann kommt der richtige Erfolg. Wirklicher Erfolg kommt nicht beim allerersten Mal. Gibt es so gut wie nie, ja. Und wenn jemand beim allerersten Mal sagt, Siste, habe ich gleich gedacht, funktioniert nicht. Das ist nicht die Mentalität, die ich brauche, um das zu erreichen, was ich erreichen will. Ich kann alles erreichen, jeder von uns kann alles erreichen, aber es braucht halt so ein paar Schritte und es braucht auch eine gewisse Mentalität. Und vor allen Dingen braucht es auch die Mentalität zu, na, ich nenne es mal, wirklich also sich ein bisschen unter den Radar bewegen, ja. Also jemand, der aussieht wie, das ist noch lange nicht gesagt, dass das einer ist, ja. Das ist übrigens, auch das merkt man oft, wenn man in ganz bestimmten Kreisen sich bewegt. Die Leute, die am unauffälligsten sind, von denen man niemals vermuten würde, was dahinter steckt, das sind oft die interessantesten und die erfolgreichsten und auch diejenigen, die oft das Sagen haben, ja. Ja, darüber gibt es auch ganz, ganz, ganz viele, auch tolle Bücher. Lasst euch nicht verleiten. All das, was Instagram euch erzählt, ja, das tolle Leben ist das, wo ich den ganzen Tag nichts tue, nur durch die Gegend fahre in meinem teuren Auto. Und das wird uns ja auch propagiert, ja. Also das tolle Leben, habe ich jetzt ein Video gesehen über eine super Luxusfrau, verheiratet in Dubai, die den ganzen Tag mit ihrem Kind nichts anderes macht, als in der Mall zu shoppen. Ja, der Frau sei das absolut gegönnt, wenn ihr das Spaß macht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Grund ist, weshalb wir hier auf dieser Erde sind. Und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.